In einem Universum, in dem niemand wirklich erklären kann, warum es existiert, erbauten die Bewohner ihre eigene Themenwelt. Alle Erfindungen, alle Ideen und Gedanken waren keine Antwort. Nein, es war eine einzige Frage, die diese Welt gestaltet hat. Eine Frage, die sich in abstrakten Konstruktionen ihrer Bewohner widerspiegelt. Ein Kreis, in dem sich alles fortbewegt. Gott, die Unendlichkeit. Die Schöpfung werde ihr Geheimnis niemals preisgeben, sprachen die Stimmen. Denn mit der Beantwortung dieser einen Frage würde alle Existenz ganz einfach sinnlos werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017